Mein Name ist Ferdislava Dubinina. Ich habe Informatik an der Uni in Düsseldorf studiert und seit zwei Monaten bin ich bei der GUB. Mein Name ist Christian Storchmann. Ich habe Wirtschafts- und Ingenieurwesen Maschinenbau studiert, im Master dann Wirtschafts- und Ingenieurwesen Produktmanagement studiert und habe zum 1. Mai als Trainee zum IT-Consultant angefangen. Mein Name ist Roman Schwetz. Ich habe Wirtschafts- und Ingenieurwesen an der Uni Düsseldorf studiert und bin seit dem 1. Mai bei der GUB. Mein Name ist Vladimir Ikert. Ich habe Wirtschaftsinformatik an der Uni Düsseldorf studiert mit der Vertiefung Produktentwicklung und Wirtschaftsinformatik und habe hier zum 1. Mai die Trainee-Stelle zum IT-Consultant angefangen. Ich habe mich für die GUB entschieden, weil ich die Stelle sehr ansprechend fand, sowohl die Programmierung als auch den Kontakt zu den Kunden. Ich habe sehr großen Spaß daran zu programmieren und aus meiner Komfortzone herauszukommen und deswegen freue ich mich, eben hier zu sein. Der Zusammenhalt innerhalb der Traininggruppe ist sehr gut. Es gibt viele verschiedene Charaktere und so ergänzen wir uns sehr gut. Das Trainee-Programm zeichnet sich für mich dadurch aus, dass wir als eine gemeinsame Traininggruppe starten. Aktuell sind wir eine Gruppe von 7 Trainees und üben gemeinsam. Das heißt, wir erlernen oder verbessern unsere Präsentierfähigkeiten und eine für uns neue Programmiersprachen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewärmen Sie sich für die Karte und die Karte. Sehen Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams. Lisa 5 8 9 10 21 Untertitelung des ZDF, 2020